ja hallo leute jetzt kommt mal ein ganz anderes video und zwar fünf dinge die ich hasse und zwar das erste wort ist was ich hasse krieg krieg finde ich sehr schlimm weil sich menschen umbringen bombardieren und dadurch alles zerstört wird was man sich selber aufgebaut hat also krieg finde ich sehr schlimm so das zweite wort was ich scheiße finde oder nicht gut finde bzw was ich hasse ist machos macho typen mag ich gar nicht die sind bei mir so also machos finde ich scheiße scheiße sagt man nicht aber ist negativ das dritte wort was ich zum beispiel hasse sind blondien es gibt blondinenwitze die sind ja ganz okay aber blondien sind meistens frauen oder junge damen die ein bisschen so zickig rüberkommen oder die meinen die sind irgendwie was besseres oder halten sich für was besseres und ja also wie gesagt blondien mag krieg ich gar nicht auch negativ kriegt machos blondien und das vierte wort ist das vierte wort was ich auch nicht mag oder nicht schön finde ist terror das ist bei mir auch negativ terror ist was ganz schlimmes da kommen leute um ums leben und hat auch ein bisschen mit krieg zu tun naja ein bisschen ist eigentlich hat es mit krieg zu tun weil man versteht sich nicht und dann muss man halt terror machen um halt seine macht auszuüben oder ja also terror ist eigentlich heute was ganz ganz schlimmes und das fünfte wort ist was ich hasse krieg machos blondien terror und und das fünfte wort fällt mir ist gar nicht ein was ich hasse naturkatastrophen naturkatastrophen sind auch schlimme dinge wo einfach die umwelt zerstört wird und und die menschen haben eigentlich ähm damit schon zu tun weil eigentlich alles dadurch zerstört wird was die menschen sich ähm auf dem ackerbau oder auf dem ackerland sich aufgebaut haben da geht dann die ganze nahrung auch kaputt und und die hygiene ist dann auch sehr darunter gelitten wenn naturkatastrophen entstehen und es gibt verschiedene also naturkatastrophen ist auch sehr negativ das waren jetzt die fünf dinge die ich hasse beziehungsweise die ich scheiße finde also die negativ sind und ja ihr könnt ja gerne mal kommentare dazu abgeben wie ihr das so betrachtet oder ob ihr eine andere ähm meinung habt also lasst doch einfach mal einen daumen da entweder nach oben oder nach unten tschüss 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 tschüss